Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde einer gepflegten vorweihnachtlichen Lektüre. Ich habe die Pilotveranstaltung, wenn ich so sagen darf, natürlich als Kinderpsychiater absolviert, in erster Linie aber auch als Lesender. Das heißt, als jemand, der mit Kinderbüchern aufgewachsen ist und zu Kinderbüchern nach wie vor auch eine lesende Beziehung hat. Gleiches gilt für Kriminalromane und daher freut es mich ganz besonders, heute mit Eva Rosmann reden zu dürfen. Und ich stürze mich gleich hinein, halte mich wie zuletzt auch an meinem schriftlichen Konzept fest. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber ohne Text kann jemand, der in erster Linie schreibt oder auch schreibt, nicht wirklich existieren. Oder ich fühle mich zumindest nicht sicher, ohne Text. Eva Rosmann trifft einen Kinderpsychiater oder einen Psychiater. Sie hat ein Buch geschrieben, wie viele von Ihnen wissen, das heißt Freundsche Verbrechen. Und was liegt näher, als mit diesem Buch, diese Veranstaltung zu beginnen. Da ich ein Psychiater bin, der sich auch als ein tiefenpsychologisch ausgebildeter und orientierter Psychiater verstehe, freut mich das ganz besonders, dass es Freundsche Verbrechen gibt. Ich beginne ungehörig mit einem Übergriff und lese Ihnen eineinhalb Seiten aus diesem Buch vor. Es wird ja heute sowieso darum gehen, wer am Ende das Opfer ist und wer der Täter. Ich bin jetzt gleich einmal der Täter. Ich rührte ein Stück eiskalte Butter in die Fischsoße. Gizmo sah interessiert zu. Der Duft des Branzino rieb mir das Wasser im Mund zusammen. Du kriegst die Greten, versprach ich meiner Katze. Das Telefon leitete. Ein paar Beschäftigungen gibt es schon, bei denen ich nicht unterbrochen werden will. Einer davon ist kochen. Ich ignorierte das Gekinnel. An diesem Abend hatte ich mir Ruhe und ein gutes Essen vergeben. Die Serie So wohnen Österreichs Prominente war abgeliefert. Meine gemütliche Küche hatte so gar nichts von dem bemühten Hochglanz, den ich in den meisten der Promi-Wohnungen für meines gefunden hatte. Ob sie immer so lebten? Ob sie sich extra für meine Story Mühe gaben, ihre Wohnungen aussehen zu lassen, wie Ausstellungskojen in einem Einrichtungshaus? Eigentlich war es mir egal. Als Lifestyle-Journalistin zu arbeiten hat Vorteile. Einer davon ist, dass ich die meisten Aufträge ohne allzu großes Engagement erledigen lassen. Es läutete immer noch. Zwei Minuten mehr nicht, schwor ich mir und nahm den Hörer ab. Ich bin's, Ulrike, klang es atemlos am anderen Ende. Ulrike? Ich konnte mich an keine Ulrike erinnern. Ja? Ich weiß nicht, wer mir sonst helfen kann. Du musst kommen sofort. Du hast die Erfahrung mit solchen Dingen. Das brachte mich auch nicht weiter. Ich schwieg. Ulrike, deine Schwulfreundin, wir haben uns beim Klassentreffen. Ulrike, mit der ich sogar einige Jahre in einer Bank gesessen war, in einem Mädchengymnasium, an das ich mich nicht mehr so genau erinnern wollte. Zwar einzig Jahre Abstand. Daran konnte auch kein Klassentreffen etwas ändern. Bei uns liegt eine Tote. Und ich bin ganz allein. Die Polizei habe ich schon angerufen. Aber weil du ja mit den Volksmusikmorden zu tun gehabt hast, wo ist das bei uns? Im Freud-Museum. Ich arbeite im Freud-Museum. Das habe ich dir ja erzählt. Wo ist das? Du warst noch nie im Freud-Museum. Ich fand, das war nicht der Zeitpunkt, um über meine Bildungslinien zu diskutieren. Ich drehte die Gasflamme ab, stellte die Pfanne noch warm in den Kühlschrank, ignorierte Gizmos beleidigten Blick und lief wenig später die acht Treppen von meiner Altbauwohnung nach unten. Eine Tote im Freud-Museum. Mein kleiner Fiat stand zum Glück nur ein paar Meter vom Hauseingang entfernt. Vor meinem inneren Auge sah ich eine Frau auf der Freud-Couch liegen, mit leeren Augen, einer dramatischen Fülle von langem, rotem Haar, das sich mit dem Weinrot der Liege schlug und einem Einschussloch mitten auf der Stirn. Das ist ein guter Anfang, denke ich, denn es geht auf diesen gut eineinhalb Seiten um Dinge, um die es meines Erachtens zumindest beim Kriminalroman gehen soll oder muss. Es geht ums Kochen Beziehungsweise ums Essen. Eine Katze kommt vor. Es geht um die Vergangenheit, um die Vergangenheit in Gestalt der Schule, die offenbar bei der Erzählerin nicht beliebt ist oder die unangenehme Reminiszenz hervorruft. Die Ermittlerin tritt auf. Es geht um ein, zwar imaginiertes, aber um ein Opfer. Die Psychoanalyse kommt vor. Die Stelle ist voller Humor. Und implizit geht es auch um Sex. Und der, zwar nur in einem Satz, aber das finde ich ganz nett. Alle Versatzstücke des Kriminalromans sind zu finden in dieser Stelle und das finde ich nett und ich denke, so soll ein ordentlicher Krimi anfangen. Ich darf an dieser Stelle ein paar Worte über Eva Raussmann, meine Gesprächspartnerin, sagen. Sie ist gebürtige Katzerin, hat Just studiert, hat nach dem Studium als Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt gearbeitet, was vermutlich für ihre politische Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt gearbeitet hat. Dann als Journalistin, unter anderem beim ORF, für den sie immer noch arbeitet, bei der Neuen Zürcher Zeitung und auch, ich weiß nicht warum, aber auch bei den oberösterreichischen Nachrichten. Eva Rossmann ist als bekennende Feministin oder war und das ist in der Demokratie darzustellen. Zuerst Autorin diverser Sachbücher, die sich im wesentlichen Grund um das Thema Frauen gedreht haben. Ich darf einige Titel erwähnen. Unter Männern, Frauen im österreichischen Parlament, 1995 erschienen. Heim an den Herd, Sparpaket, Arbeitsplatzmangel, konservative Trends und was Frau dagegen tun kann. Oder die Angst der Kirche. Beide sind 1986 erschienen und beide damals schon im Folio Verlag, dem du ja grenzenlos treu gebilden bist. Etwas, das uns beide verbindet. Nicht der Folio Verlag, aber die Treue zum Verlag. Eva Rossmann war, wie Sie sicher alle wissen, 1997 Mitinitiatorin des österreichischen Frauenvolksbegehrens und 1998 Mitkoordinatorin des Bundespräsidentschaftswahlkampfes für die unabhängige Kandidatin Gertraud Knolle. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr, wie erfolgreich das war, also wie viel Prozent Stimmen wir haben. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber es war verblüffend erfolgreich, weil man weiß, wie wenig Mittel wir gehabt haben. Also es hat nicht wahnsinnig viel gefehlt und wir werden dann in den zweiten Wahlgang kommen. Also sie hatte zumindest mehr als die Jahre Schmid, dass er irgendwie so 16 oder 26 Prozent, ich will da erst nicht sterben. Er ist 16. Er ist 16, ja. Aber wirklich dafür irgendwie, dass alle gesagt haben, ja das ist ja total toll und sollte Sie wieder erwarten, noch besser sein, dann können wir Sie auch finanziell unterstützen. War das nicht so übel. Eine spannende Erfahrung, die auch zum ersten Krimi geführt hat. Eben, das wollte ich gerade sagen. Wahlkampf war das Thema damals und es kann kein Zufall sein, dass der erste Kriminalroman der 1999, also im Jahr darauf erschien, den Titel Wahlkampf trob und das war das Buch mit dem, in dem sozusagen Mira Walensky geboren wurde. Auf Wahlkampf folgten dann weitere 15, also in Summe sind sie jetzt meiner Erzählung nach 16, 16 Kriminalromane, die sich alle um die Journalistin, Lifestyle-Journalistin Mira Walensky und ihre Partner, ihre Freundin, ursprünglich Putzfrau und Freundin Wesna Krainer drehen, eine Putzfrau, die im Laufe der Jahre sozusagen Karriere gemacht hat, wenn man das so sagen darf. Dazwischen oder daneben, das erlaubt ist das so zu sagen. Es gibt auch einen Roman, der kein Kriminalroman ist, der auch nicht im Folio Verlag, sondern Berlin, wo es erschienen ist, Krummvögel im Jahr 2013. Es gibt ein Kochbuch, wie er kocht, was sonst. Und wann das erschienen ist, hat man nicht aufgeschrieben, aber es ist noch nicht allzu lange her. Diverse Auszeichnungen, unter anderem den großen Josef Krainer Preis für Literatur des Landes Steiermark und zuletzt den von Kulturen der Stadt Wien und dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels vergebenen Leo Perutz Preis für Kriminalliteratur für den vorletzten Mira Walensky Roman Männerverein. Ja, wie Sie ebenfalls vermutlich alle wissen, ist Eva Ausmann Köchin aus Leidenschaft und in einem gewissen Sinn auch aus Profession. Sie ist Suchefin von Manfred Buchinger im Restaurant zur alten Schule in Rindal bei Wolkersdorf. Manfred Buchinger, Augenkoch, ehemals in vier Jahren. Also nicht irgendwer in diesem Geschäft. Das führt mich zum Thema und zur ersten, vielleicht etwas seltsamen, klinischen Frage an dich. Ist Kochen etwas Politisches? Das haben wir wirklich noch nie gefragt. Ich habe immer wieder gefragt, was Kochen mit Schreiben zu tun hat. und so weiter. Das ist ganz klar. Das kann man wunderbar erklären, sozusagen. Die Schreiben dauert sehr lang und ein ganzes Jahr, bis ich so ein Buch in der Hand habe. Und Kochen braucht auch, finde ich, als Basis und ordentlich als Handwerk. und die Hoffnung, dass es ein bisschen darüber hinausgeht, aber es muss schnell sein und kreativ und es ist immer Teamarbeit und so weiter. Aber Kochen etwas Politisches ist, naja, ich würde sagen zumindest, wenn man es nicht nur für sich selbst macht, sondern auch für andere hat es sicher gesellschaftspolitische Züge. Weil alles, was ich auch für andere tue und wenn ich sozusagen auch etwas Intelligentes verteile zum Beispiel und etwas Lebensnotwendiges, wir essen ja auch wirklich nicht nur sozusagen Genuss ist, hoffentlich, sondern auch einfach notwendig. Man hat sicher etwas, glaube ich schon, dass das unmittelbar mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und ich glaube vor allem, wenn man nichts Gescheites zum Essen hat, wird man leicht ziemlich sauer. Und dann gibt es und gab es natürlich auch Revolutionen, Umstürze und so weiter. Also Essen ist schon so eine Basis unseres Zusammenlebens. Die Frage klingt natürlich komisch, aber es geht natürlich darum, so eine Veranstaltung mit Provokation zu eröffnen, aber je länger ich über die Frage nachgedacht habe, umso plausibel ist es. Ja, nein, nein, ich frage mir das auch noch nie überlegt, aber es hat schon was. Was die Leute kochen oder beziehungsweise was die Leute essen, das ist abhängig von Charaktoren, die im Kern etwas Politisches machen. Naja, und abgesehen davon, dass es ja dann auch darum geht sozusagen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um beim Essen? Woher kommen die Sachen? Also der berühmte Knoblauch aus China, der wirklich eines der absurdesten Dinge von überhaupt ist, der auch in einem Krimi von mir vorkommt, so ein Nebensätzen streue ich das ganz gern ein, weil das wirklich sowas von schwachsinnig ist, ein Ding, das bei uns überall super gut wächst. Das importieren wir aus China, nicht? Ich meine, wie blöd kann man sein? Ich habe nichts dagegen, wenn Ingwer aus China kommt, weil der wächst bei uns nicht und den esse ich selber auch sehr gerne. Also es muss nicht alles immer so mega regional sein, finde ich. Also zu viel Missionarisches ist mir da fremd, aber Knoblauch? Wie erkenne ich den Knoblauch auch aus China? Indem es draufsteht. Ich meine, wobei, der, der meistens nicht besonders gut riecht und wenig gut schmeckt, das ist der aus China. Das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das ist Tatsache und das hat natürlich damit zu tun, dass der ewig lang um Atom gefahren ist. Dankenswerterweise fliegen sie ihn wenigstens nicht, obwohl es wahrscheinlich auch schon Flugknoblauch aus China gibt. Ich habe gesagt, ich flug mangos, ich stelle mir die immer so hübsch vor, wie sie fliegen, die mangos. Du merkst an meinen Einwänden, dass ich da absolut unwohl fühle, sondern ich bin auf dem Knoblauch, den ich kaufe, steht nie was drauf. Oh ja, nicht auf der Knoblauch, aber wenn es draufsteht, am Sackle oder sowas, und wenn es offen ist, muss es auf dem Karton draufstehen. Und seitdem ich weiß, dass das aus China kommt, schaue ich schon immer genau. Ein Netz, ich bin drei Stücke. Genau. Und da steht es dann immer irgendwie so drauf. Ich habe nicht gesehen. Der meiste. Ich meine, es wird jetzt wieder gerade eine Spur besser. Aber das ist zumindest zum Beispiel, das finde ich hochpolitisch. Also was du isst und welche Zutaten du verwendest, das finde ich absolut politisch. Ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber in meiner Kindheit, also ich bin relativ im Wohlstand aufgewachsen, aber in meiner Umgebung hat die Frage, was hat man zu essen, nämlich im Sinn von wird man satt oder wird man nicht satt, schon noch eine Rolle gespielt. Ja, bei uns eigentlich nicht. Also jetzt versuche ich mich zu erinnern, ich bin auch so eine Aufsteigerfamilie in den 60er Jahren aufgewachsen. Der Vater hat mir erzählt, der ist aus der Oststeiermark und ist dann ins Gymnasium, sozusagen vom ganzen Ort offenbar, wie man erst jetzt am Wochenende gelernt hat, gegangen in Fürstenfeld. Und der war beim Bauern untergebracht und da hat es jeden Tag Sterz gegeben, in der Früh. Die 50er Jahre? Ja, das waren Anfang 50er Jahre, gleich nach dem Weg. Und eine Zeit lang machte er Sterz nicht so gern. Was er mir gelegt hat, weil es ihn bei uns nie gegeben hat, und so hat er sich dann immer am Karfreitag, eine sehr katholische Familie, am Karfreitag Sterz gewünscht. Denn sonst hat keiner wirklich so einen Weg. Und dann würde ich mich gefragt, Vater, warum wünschst du dir dein Lieblingsessen? Das hat ja mit Karfreitag nichts zu tun. Da gab es übrigens auch um Essen und Glauben große Diskussionen. Wenn man sozusagen Opfer bringt, kann man nicht sein Lieblingsessen essen. Ja, aber da hat es zumindest Beschränkungen an dem Essen gegeben. Bei uns war die Phase, wo es schon einen kleinen Graz-Außenbezirk, einen kleinen Supermarkt gegeben hat. Meine Mutter hat mit großem Dank alle Halbfertigprodukte gekauft, die es gegeben hat. Also ich bin mit Wacklsuppen aufgewachsen, außer am Sonntag, wo die Oma gekocht hat. Kleberhaus. Ja, Kranf. Aber es ist ja das Wurden aus mir, auch groß und stark, wie die Oma immer gesagt hat. Starker ist, hat sie immer gesagt. Das war dann nicht so nett, wie ich halbwüchsig war. Ich war ein bisschen stärker, das hat man nicht so gern gehört. Also wir sind schon ordentlich ernährt worden, sozusagen. Wobei meine Mutter dann nahtlos von der ersten Supermarkt-Halbfertig-Welle übergegangen ist in die erste Voll-Bio-Welle. Ich erinnere mich an einen Tofu, der bei uns zugereitet worden ist, in so einem Wandel drinnen. Da hat sie im Reformhaus einen Tofu gekauft, den hat sie ins Wandel reingedruckt und dann hat sie ihn ins Ohr gestellt. Dann kam der wieder raus. Und die hat geschmeckt so ähnlich wie Gipszebel, aber Gott sei Dank nicht gefährlich. Und ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, ich isse wirklich alles, aber das isse ich nicht. Also... Wurde entsorgt sozusagen? Ja, ich glaub, der ist wirklich entsorgt worden. Sie hat nämlich überhaupt nicht gehört. Es war weder Salz dabei, noch sonst was. Sojasos kannte man damals noch nicht, zumindest nicht bei uns. Und die Leute im Reformhaus dürften ja keinen Tipp gegeben haben, wie sie das macht. Die haben einfach gesagt, das ist irrsinnig gesund, das tun sie ins Wandel und bochen. Ich versuche mir gerade vorzugehen, weil es meine Mutter mit Tofu geht. Und es ist nicht so weit entfernt davon. Aber bei uns kann man nicht einmal auf den Tisch. Ja, es hat es liebhaft probiert. Kochen ist das Thema jetzt, was das Politische betrifft. Also eine Kurve zu deinem Frauenpolitischen Engagement. Wie erklärst du dir als Feministin das Phänomen, dass trotz Johanna Meier und trotz Liesel Wagner-Bacher und Kim kocht bei Meierkur, muss man nicht sagen, die meisten großen Köche oder berühmten Köche mindestens? Naja, das hat einmal ganz praktisch mit den Arbeitszeiten zu tun. Also ich glaube, dass Frauen mindestens in der Küche so viel leisten können und mindestens so zäh sind wie Männer. Das sage ich einmal, das erlebe ich ja jedem. Also immer dann, wenn ich koche, ich halte mehr aus als so manche. Nicht nur in meinem Alter, sondern auch jüngere. Da sind sie mir schon rein weiß umgefallen. Also so ist es nicht. Also daran liegt sicher nicht, dass Frauen schwächer sind und das nicht aushalten. Jüngere Frauen, auch wenn sie super gut kochen und auch nur in irgendeiner Form eben dann einmal Familie haben, kriegen ein echtes Problem. Weil einfach die Arbeitszeiten in einem guten Restaurant absolut familienfeindlich sind. Du bist immer am Wochenende dran, du bist bis Mitternacht dran. Du hast, wenn es jetzt ein größeres Haus ist und du hast dann neben einem A-la-Kart-Geschäft noch eben die Bankette oder größere Gruppen, hast unter Umständen, musst 18, 20 Stunden da einmal drinnen sein. Du kannst dich wirklich um nichts mehr kümmern. Und Frauen, die sich um nichts mehr kümmern können, sind nicht rasend beliebt in unserer Gesellschaft. Das ist ein kümmerisches Feld. Das ist ein kümmerisches Feld. Aber es ist ein kümmerisches Feld. Naja, zuerst ist es ja so. Also die kümmerisches und so die Köchinnen dahinter, die gibt es ja. Die gibt es ja nicht. Aber nur dann, wenn es in die erste Riege geht, brechen sie ziemlich schnell weg. Und das hat teilweise wirklich damit zu tun, dass Frauen das Gefühl haben, das geht sich nicht aus für sie. Die andere Geschichte ist, dass es natürlich Männerseilschaften gibt. Auch unter den Köchens? Ja, unter den Köchens, zum Beispiel unter denen, die Hotels leiten oder denen was gehört. Die meisten Köchen kennen jetzt erst nicht das Lokal. Da musst du eine Familiengeschichte haben, nicht? Und die haben nicht alle. Also es ist nicht einfach, wenn sozusagen Frauen noch immer gewisse Aufgaben, jedenfalls aufgrund ihres Geschlechts, umgehängt werden, drüber zu steigen und zu sagen, das ist mir wurscht. Das ging eben zum Beispiel bei der Lisa Wagner-Bacher, die hat ein gutes Umfeld. Da war das Haus schon da, ihr Mann arbeitet ordentlich mit und das hat sich gut entwickelt. Also das ist so, die Chemie ist sowieso ein bisschen sondervoll, da ist das sehr gut gegangen. Die hat einfach irgendeiner gefunden. Manchmal sind Frauen ein Stück vernünftiger und sagen, wenn es extrem auf die eigene Substanz geht. Und das geht teilweise, wenn du jetzt ein eigenes Haus hast und gehypt wirst und so weiter. Das ist zwar wahnsinnig toll, aber irre anstrengend. Und deswegen hat sich die Kimmer irgendwann einmal zurückgenommen. Ihr Leben war ja dann irgendwann einmal doch eine Spur wichtiger, glaube ich, als das Berühmte. Als das Berühmte. Als das Berühmte. Ja, die anderen versaufen sich halt teilweise. Männer versaufen sich, oder eher Frauen nehmen sich eher zurück. Aber ich sage immer eher, weil ich nicht glaube, dass es die Frauen und die Männer gibt. Also da gibt es schon sehr viele Unterschiede. Ja, wie jetzt beim Hearst. Davon bin ich einem Plakat dagegen. Wie heißt dieses mich schon seltsam berührende Ding, das der Toni Merwald jetzt macht? Das Palazzo? Das Palazzo, ja. Es hat der Toni Merwald vom Gera übernommen. Also die haben sich irgendwie gestritten. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe den Verdacht, dass eine Frau so etwas machen muss. Du brauchst, naja, es gibt auch super eitle Frauen. Also so ist es nicht. Aber jetzt werde ich nichts anziehen. Aber du brauchst schon eine eigene Persönlichkeitsstruktur für sowas. Sagen wir mal das wertfrei so, ja. Ja, ganz wertfrei. Ja, nein, nein, das muss man schon sagen. Also abgesehen davon, dass Toni M halt sozusagen ein Kleinindustrieller ist in der Gastronomieszene, oder auch ein Mittelindustrieller in der Gastronomieszene, und politisch, sagen wir mal bei der Politik, sehr gut vernetzt ist. Ansonsten war er nämlich schon längst zumindest pleite. Ah, man geht euch ja schon. Ja, ja, es ist immer ausgegangen. Wenn du die richtigen Freunde hast, und da hast, fürchte ich im Schnitt, bei diesen Vernetzungen des Mannes immer einen Vorteil. Eine Frau hat dann gesagt, die hat das nicht geschafft. Die hat das nicht geschafft. Das Großwaren hat es nicht gepackt. Da haben wir immer schon gesagt, dass wir das schaffen werden. Und bei Amazon hat irgendwie, naja, ist das blöd, das kann man jetzt nicht. Und die Leute schon immer so schon helfen. Ich meine, der ist ein tüchtiger Kerl, nicht? Und da bin ich auf der richtigen Seite gewesen. Da sind wir schon was übernehmen, nicht? Ja, ja. Und das erklärt vielleicht schon das eine oder andere. Schreiben Männer oder Frauen die besseren Kochen? Ja. Habe ich mich noch nie gefragt. Du lest keine Kochen? Oh ja, mein Gott. Ich habe hunderte. Aber ich habe es noch nie nach dem Thema Mann oder Frau. Hast du ein Lieblingskochbuch? Ein Lieblingskochbuch? Momentan gerade. Momentan, momentan gerade. Na ja, das ist eine große vietnamesische Kochbuch. Ich mache die wahnsinnig gern. Ich weiß jetzt leider nicht einmal von wem das ist. Weil ich gerade einen Roman über Vietnam schreibe. Auch, ja. Aber das habe ich vorher schon wegen. Also das habe ich auch wirklich aus Vietnam selbst herbeigeschleppt, obwohl das so ein Teil ist. Aber das ist wirklich toll. Also das ist auch toll. Das ist krass. Das heißt mehr so exotische. Das ist, naja, mich interessiert natürlich das vor allem, dass ich ihn nicht so gut kenne. Oder auch, dass ich ihn nicht so gut kann. Ich habe die klassischen österreichischen Island, ab und zu schaue ich etwas nach. Aber exotisch interessiert mich natürlich. Das ist ganz klar. Das ist ja das Schöne beim Kochen. Du kommst immer wieder auf etwas ganz Neiges. Weg vom Kochen. Gleich direkt zu auf die zentrale Frage. Was ist das Politische eigentlich? Das Politische? Na ja, ich würde einmal sagen, der Mensch existiert nicht nur als Einzelwesen, sondern auch als Gemeinschaftswesen. Und da hat man sich halt irgendwann einmal angefangen auszumachen, Regeln, die uns gemeinsam ordentlich leben lassen. Und ich kenne ja viele Leute unter anderem, um wieder in die Küche zurückzukommen. Ich arbeite ja mit Lehrinnen. Und ich bin jetzt gerade einen hochintelligenten Lehrling, die Julia. Die hat schon Matura gemacht und macht jetzt die Koch-Lehr. und hat zu meiner großen Entsetzung gesagt, Politik interessiert sich aber auch nicht. Die liest viel, die interessiert sich für vieles. Also das ist alles andere steppert. Und dann habe ich gesagt, Julia, ich meine, du interessierst dich nicht, wie wir zusammenleben und wer unsere Regeln macht. So hat sie es noch nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, das ist sozusagen die Vermittlung von dem, was Politik sein sollte oder auch ist real. Das ist einfach teilweise schrecklich oder findet nicht statt. Es ist doch irgendwie logisch, ich möchte doch irgendwie was wissen und auch mitreden, wenn es darum geht, welche Regeln geben wir uns als Gemeinschaft. Ich möchte darüber entscheiden, wer wie Geld verteilt wird. Ich möchte darüber mitreden können, welche Bildungspolitik wir haben. Weil das betrifft ja immer mich auch. Oder wenn ich mich persönlich dann erkimmt oder an Verwandten oder meine Umgebung und uns letztlich jedenfalls immer als Gemeinschaft. Wie erklärst du das? Und das spricht jetzt natürlich so ad hoc der Jugendpsychiater auch aus mir, der sich darüber ärgert, dass ständig die unengagierte, ziellose Jugend verteifelt wird. Wie erklärst du dir die angebliche Politikverdrossenheit oder ganz konkret die Reaktion deiner Julia? Ich glaube nicht, dass die Politik verdrossen ist, die hat nur keinen Zugang. Also das alles andere ist unengagiert und schon gar nicht irgendwie dumm oder blöd. Also überhaupt nicht. Nein, ich glaube sozusagen Politik ist bei uns inzwischen so negativ besetzt, durch das, wie Medien berichten. Das sind nämlich über die Politiker berichten und über einzelne Nervistik nur Negatives zu sagen. Das liegt an der Berichterstattung oder daran, wie Politiker sind. Nein, nein, es liegt schon an der Berichterstattung auch. Wir haben in keiner Gruppe von Menschen, wurscht ob das Politiker sind, ob das Psychiater sind, ob das Köchinnen oder Autorinnen sind, gibt es lauter hehre Helden. Und es geht darum, wie berichtet wird über ein System. Und wir haben jetzt diese Hypes, wo du eben nur über Personen oder über Streitigkeiten berichtest. Du berichtest aber die Hintergründe nicht. Die Zusammenhänge können einem nur dann deutlich werden, wenn du wirklich viel Zeit investierst. Wenn du viel liest, gute Zeitungen liest, aber wenn du dich selbst ein bisschen informierst, kriegst du gewisse Sachen einfach unbedingt raus. Zum Beispiel die letzten Tage habe ich mich gefragt, wie heißt das Ding, das da in Kärnten losgebrochen ist, HCP, was da in der Milch war, und überall war plötzlich eine große Aufregung. Sie hatten mir tagelang, obwohl ich darauf gehört habe, nicht erzählen können, was das eigentlich ist, was das eigentlich macht und wo das sonst ist. Sie haben immerhin berichtet, wie arg, es gibt schon einen Krisengipfel. Und die einen sagen, sie haben es ganz schlecht gemacht. Und die sagen, sie machen das so schnell wie möglich. Und der Dritte sagt irgendwie, schneller geht es gar nicht. Also du hast keine Information und du hast es in den Politikbereichen noch viel weniger. Also es wird immer runtergebrochen auf den Streit. Also ich kenne das. Ich war ja lange politische Journalistin selber. Und es gab eine legendäre Veranstaltung. Ich glaube, das war am Freitag immer. Also der eine Mann sitzt dort, damals war man noch nicht verheiratet und auch noch nicht zusammen. Und er war Journalist fürs Radio. Und ich für die oberösterreichischen Nachrichten. Und wir saßen immer bei der Pressekonferenz vom Jabb, der gemacht hat, so was allgemeine politische Fragen oder irgendetwas hat das geheißen am Freitag. Und das war unglaublich. Also da hat er halt irgendwie alles, was er irgendwie loslernen wollte, losgelassen. Und in erster Linie natürlich schon gegen andere. Und wir haben teilweise dann inhaltliche Fragen gestellt, was uns nicht restlos beliebt gemacht hat. Also wir haben einmal, wie er sehr geschimpft hat über die ÖVP und irgendwas mit der Milch, haben ihn gefragt, wie viel ein paar Milch kostet. Das konnte er leider nicht beantworten. War blöd für ihn in dem Fall. Sehr blöd. Aber immer nur sozusagen dieses Weg vom Inhalt zu gehen, aus lauter Schreck, dass sich das nicht ausgeht. Und das kapiert ja eh keiner. Und dann liest es keiner und hört es keiner. Das ist schon sehr gefährlich. Aber da wurde etwas neben deiner Aktivität und deiner Tendenz, dich überhaupt zu engagieren, wurde da etwas in dir sehr früh verankert, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt meine Frage, wenn ich mir diese Julia im Gegensatz zu dir vorstelle, wie ist das Politische in dich hineingekommen? Hat das mit den Eltern zu tun? Ja, ja schon. Wie hat das funktioniert? Denn das ist offenbar die zentrale Frage. Wie kommt das Politische in die Jugendlichen hinein? In dem Fall hat es schon, ja, hat es schon viel mit den Elternstunden gehabt. Muss man schon sagen. Stoffen? Ja. Gute Vorsorge. Ja. Nein, also hat es, zumindest mein Vater war immer ein politisch denkender Mensch. Und diese Nachrichtensendungen sind angeschaut worden und man hat darüber geredet. Und ich habe meinem Vater natürlich immer wieder sprechen müssen. Also deshalb bin ich ja relativ früh, wie soll man sagen, frauenpolitisch zumindest interessiert war. Weil er hat so geschimpft über die Johanna Tunnel. Und in den 70er Jahren, als ich mit der Alice Schwarzer im Fernsehen gesessen habe, ich habe gesagt, nein, die Weiber, nein, braucht man mal schauen, wie die ausschauen. Die sind ja nur frustriert, weil die da wischen sowieso. Also ich meine, das ist schon der jemand bei mir heraufgegangen. Und einer, der sich so aufregen kann, im Moment habe ich gedacht, die müssen interessant sein. Also das war schon so ein Zugang. Ich kann mir vorstellen, wie du widersprochen hast. Also ich habe immer gern diskutiert. Und ich habe in der Schule schon immer gern diskutiert. Und wenn es welche irgendwie alle für eins waren, dann war ich für das andere schon mal grundsätzlich. Also das... Wie hat das den Vater wieder gemacht? Ja, das war schon okay. Also wir haben nicht gestritten darüber, sondern diskutiert tatsächlich. Also das hat er durchaus ausgehalten. Also ich meine, es war ein Züge. Ich meine, er war immer auf der ÖVP-Seite, aber jetzt kein glühender Parteiapparatschick. Und ich war daher klarerweise nie auf der ÖVP-Seite. Und in Graz hat es ganz früh eine grüne Gruppierung gegeben. Und zu meinem großen Schrecken, da habe ich allerdings schon studiert, wollten sie mich dann für den Gemeinderat, weil so etwas würde ich nie machen. Also schon damals irgendwie habe ich gedacht, nein, das jetzt nicht. Und dann haben das die ÖVP-Espitz gekriegt und haben mich dann gefragt, ob ich nicht den Gemeinderat für die ÖVP will. Also ich war richtig umworben, so mit 19 oder 20. Weil klar war, wo der Vater steht. Weil klar war, wo der Vater steht. Und nicht, dass wir die dann verlieren sozusagen an diese neuen komischen Grünen. Und so war es passiert. Ja, nein, wobei, ich wollte nie im Gemeinderat, ich habe damals studiert und nur andere Sachen gemacht. Und, Stichwort oder Thema Frauenpolitik, wo war da deine Mutter? Gar nicht. Meine Mutter war die klassische Hausfrau der 60er, 70er Jahre. Also mit Matura, gleiche Ausbildung wie mein Vater, nach der Matura Abiturientenkurs. So haben sie sich auch kennengelernt. Dann war sie Chefsekretärin in Graz beim Kastner und Oehler. Und mein Vater schön langsam so zum Steuerberater, also von der Kanzlei her zu aufgestiegen ist. Und dann hat er eben die österreichische Wohnbaugenossenschaft übernommen als Geschäftsführer, weil er auch seinen Patten gern immer aufgemacht hat. Und die lag ziemlich am Boden und da hat er in einer Interessensgemeinschaft ziemlich umgefeizt. Ja, worauf dann meine Mama natürlich irgendwann daheim geblieben ist. Also ich habe schon nicht willkommen als Kinder. Und dann hat es ab und zu geheißen, hat sie gesagt, nein, ich hätte schon gerne ein bisschen arbeiten. Und der Vater hat gesagt, nein, das braucht es doch nicht. Wir als Kinder übrigens hätten uns immer gewünschen, dass sie arbeiten geht, weil wir empfunden, das dauernd draufgepickt bei der Aufgabe und alles. Da gab es schon relativ viel in der Umgebung, da war das viel klasse. Und wir sind mit der Arbeit gegangen. Natürlich haben wir es auf der anderen Seite bequemer gehabt, aber das haben wir ja nicht gesehen. Also mir war dieses dauernde, unter Aufsicht sein, gar nicht recht. Aber sie hat sich politisch nicht wirklich stark geäußert und hat halt das gefunden, was der Papa findet. Und was sich dann irgendwann geändert hat bzw. das Frauenvolksbegehren mitinitiert hat, dann ist es ziemlich lustig geworden. Ich bin davon, dass mein Vater das auch nicht so überall gefunden hat, weil er immer soziales Engagement gehabt hat. Und die Anti-Donal-Geschichte war ja viel früher. Und da hat er schon gefunden, wir sollen nicht übertreiben, hat er gemeint, aber so grundsätzlich, der soll es schon zugeben. Das war so seine Position. Und meine Mutter hat dann irgendwie gefunden, wenn die Evi das macht, dann unterstütze ich das schon. Und sie hat dann angefangen, die Eltern wohnen ein bisschen oben in Graz, so einen Berg auf. Und sie ist immer mit dem Bus runtergefahren, wenn sie irgendwas eingekauft hat oder sonst getroffen hat. Und sie hat beim Bus fahren, hat es und die Leute anagittiert, dass es Frauenvolksbegehren unterscheiden hat. Wirklich total. Das ist super, bitte. Da war sie nicht mehr so jung. Wir sind nicht alle annähernd der gleiche Jahrgang. Das waren damals irgendwie wie Abziehbilder. Naja, das waren viele so. Hat deine Mutter jemals gehören gewählt? Mhm. Ganz heimlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Vater nicht auch schon zwischendurch kommt. Nachdem er in den PT umgegangen. Nein, er ist schon klar, dass er wählen kann, was er will, dass sie den kann. Nein, er war nicht apparatschig in dem Sinne, aber er war sozusagen christlich-sozial verankert. Das ist bei ihm wirklich so gewesen in diese Richtung. Und bei gewissen Sorgen, die haben da nicht gepasst. Der würde das nie zugeben. Aber ich war gar nicht sicher. Bei der Mama weiß es, dass es schon ein Grünfeld hat. Also das war halt so. Ja. Oder immer wieder sogar. Ich sage jedes Mal, Sie muss grünen werden. Nein, das soll jetzt keine Partei werden. Sie muss. Ich bin ja auch bei keiner Partei. Aus guten Gründen. Also ich habe auch, das gebe ich offen zu. Bei uns in der Gemeinde habe ich die letzten Male immer ÖVP gehört. Wir haben keine Gründer. Ich mache keine, auch wenn Sie das immer wollen. Ein Auerstahl bei uns in der Gemeinde direkt. Also das ist eine 2000 Einwohner-Gemeinde. Bei der Ortsvorsteher ist ein netter Typ. Der ehemalige Bürgermeister war schon sehr in Ordnung. Der jetzige ist auch ganz okay. Und die machen sinnvolle Dinge auch gesellschaftspolitisch so, dass das für mich passt. Das sind keine Dumpfbacken. Und man muss leider sagen, es ist bei uns halt ein bisschen ja. Ja, lassen wir es dabei. Und mehr gibt es nicht. Also sagen wir so, ja es gibt noch diese andere Partei. Wie man sie gerade heißt, das ändert sich immer wieder. Aber das ist so außerhalb meiner. Zur Frage, wie das Politische in dich hinein kam. Du hast eh schon die Johanna Tonal genannt. Gab es, abgesehen von mir, politische Leitfiguren, Vorbilder? Also wie das in mich hinein kam übrigens. Da gibt es keine Leitfigur. Aber bei uns ist, apropos auch wieder Essen. Meine Mutter hat eben nicht sehr gerne und auch nicht besonders gut gekocht. Bei uns sind auch selten Menschen eingeladen worden. Weil nachdem mein Vater irgendwie doch eine gewisse Position in der Steiermann gehabt hat, war es ab und zu einem Moment schon einig. Das ist aus einer positionellen Haltung irgendwie. Ja, ja schon irgendwie. Und eines dieser Essen, das unvermeidlich war, ist, dass so einmal im Jahr der Kreiner gekommen ist. Also für mich war es immer der alte Kreiner. Ich bin dann drauf gekommen aufgrund der Jahreszahlen, dass es doch schon der junge Kreiner gewesen ist. Und meine Mutter war irgendwie extrem nervös. Es war, glaube ich, in einem anderen Landeshauptmann auch mal, wenn sie für dich kochen sollte. Weil das ist nicht ihrs. Und sie hat dann immer so gepfiffen. Also wenn sie so einfach nur so... Ist sie rumgegangen, hat er irgendwas gemacht. Mein Vater war immer gesagt. Leibst du weiter und was weiß ich. Und unsere Freundin, da haben sie eine Freundin gehabt, die macht das so locker. Wirklich, ich war Kochlehrerin. Und ich habe das dann irgendwann meiner Mutter abgenommen. Relativ früh, so mit 13, 14. Und da habe ich gesagt, ich koche. Dann hat sie nicht so einen Stress. Und so habe ich irgendwie für einen Kreiner, der doch eben eine junge Kreiner, jung ist gut, der ist deutlich über 80 inzwischen, gewesen sein muss, gekocht. Und habe dann auch serviert und habe ihm irgendwie so einen Schweinskottel, etwas anders wird es nicht gewesen sein, auf die Hose geworfen. Was er sehr nett gefunden hat und ich habe mich daran erinnert. Nicht absichtlich. Absolut nicht. Nein, nein, damals war ich eben noch nicht sehr politisch. Wobei ich nichts über die Kreiner sage. Das offene Klima der Steiermark, gerade für Kultur in der Nachkriegszeit, das auch der alte Kreiner vor allem stark mitgeprägt hat, das holt schon was. In einem Profilinterview sprichst du dich ja dezidiert für das Torten von Politikern aus. Naja, das habe ich den Grundvögeln beschrieben. Also, es ist schon eine Methode. Das heißt, das Koteletten wäre eine... Das Koteletten wäre eine brachialere Methode. Und wenn man heiß, ein richtig schönes heißes Schweinskottelet, großes... So von der Mangalitze, dass das Fels mehr ausgibt und auch die Hitze. Es gäbe auch schon ein paar, wenn man das vorstellen könnte. Politik und Literatur ist das Thema. Wie kam die, um die Frage zu paraphrasieren, wie kam die Literatur in dich hinein? Ich habe immer schon geschrieben. Vor dem Leben. Fast. Nein, es war bei mir eine eigenartige Geschichte. Zweck auf Kinderbücher und so weiter. Also, mir hat das total fasziniert, diese Bücher mit diesen Zeichen. Und dann waren natürlich Bilder immer drinnen auch. Und ich wollte immer wissen, was die Zeichen zu den Bildern heißen. Und meine Eltern haben gesagt, das reicht, wenn du lesen lernst, wenn du in die Schule gehst. Und ich habe sie immer segiert. Und alle möglichen anderen Menschen auch segiert. Und ich habe dann so ganz einfache Bücher und mir faktisch selbst lesen gelernt, indem ich mir so lange gefragt habe, bis ich gewusst habe, was das heißt. Und zu ihrer großen Verprüfung konnte ich das dann, das war nicht sehr schwierig, aber es waren ja nur ein paar Sätze, aber konnte ich das dann auch lesen. Also es war für mich total magisch, diese Zeichen immer. Und einfach unglaublich interessant. Und ich habe dann als Kind auch sofort alles, was ich erwischt habe, gelesen. Kannst du dich an die ersten Worte oder an das erste Wort oder an den ersten Satz erinnern, wenn du überlesen kannst? Nein, absolut nicht. Ich glaube, es war aus dem berühmten Buch Hatschi Pratschi Luftball. Ah ja, ich weiß jetzt noch mal wie der Anfang. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich wollte sogar mal nachschauen irgendwie. Aber es muss sozusagen ziemlich sicher, ich glaube jedenfalls ziemlich sicher, dass es das war. Das erste Wort, das ich lesen konnte und schon wieder geht es um zu kochen und zu essen, war Fleischerei. Fleischerei ist aber... Das ist eine super Worte, oder? Ja, schon. Also das ist das erste Wort. Das habe ich in Begleitung meiner Mutter beim Einkaufen. Da stand Fleischerei. Und meine Mutter hat mir eben halt beigebracht, dass das Fleischerei ist. Und da habe ich Fleischerei aus. Was waren die, jetzt was die Lektüre betrifft, so die Lieblingsbücher und Leitfiguren deiner Lektüre Kindheit? Gibt es sowas? Ja, ich habe in erster Linie alles gelesen. Wirklich. In erster Linie alles ist gut. Nein, also mir ging es gar nicht um spezielle Sachen, sondern jeder neue Saat, jede neue Geschichte war für mich einfach spannend. Also da habe ich gar nicht viel unterschieden. Und dann gab es natürlich schon ein paar, die ich dann schon langsam herausgeragt habe. Also die Miralobe-Bücher waren für mich sehr, sehr spannend. Und weil es halt auch ein bisschen anders war. Sonst habe ich ja diese durchschnittlichen Kinder- und Mädchengeschichten halt gelesen. Und die habe ich spannend gefunden. Auch deswegen, das war die erste Autorin, die ich selbst gesehen habe. Die Miralobe war bei uns über die Pfarrbücherei einmal und hat eine Lesung gemacht. Und das habe ich irrsinnig fasziniert gefunden, dass da eine sitzt, die das Ganze schreibt. Und die noch dazu kennen, über die Bücher und die Mag. Also das war für mich etwas ganz Eigenes. Das kann mich genau an den Raum erinnern, wo das war. Das war so ein Behelfsding, weil es die Pfarrkarte gebaut worden und so ein weißer Raum mit weißem Sessel. Man weiß zwar, dass die Erinnerung einen immer drückt, aber so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und das war schon so eine, die mich sehr begeistert hat. Aber ich habe auch diese gesamte Mädchen-Leteratur gelesen. Also von der Oli Carstens. Guller. Guller, genau. Guller. Na gut, das war ja schon fast ein gesellschaftspolitischer Ansatz. Also sozusagen. Aber da gab es welche mit eigentlich weniger gesellschaftspolitischem Ansatz wie Trotzkopf. Trotzkopf war super, weil das war so dick. Das habe ich deswegen sehr böse. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so richtig toll. Also dann gab es die Honey und Nanny Bücher schon. Das ist eh nicht Pleiten, gell? Ja, ja, ja. Das war so. Also ich weiß, die sind immer dann irgendwie, die mussten dann in ein Heim, wie heißt das? In ein Internat. In ein Internat heißt das, genau. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich besonders schlimm habe, sind die Kunst einmal ins Internat. Und ich habe immer gesagt, mach den für die einen Hintergrund, das ist so super. Das sind aber nie genug. Nein, aber Miranobe ist ja das politische, ist unser Thema, dezidiert politische Kinderprogramme. Ja, natürlich. Beginnend beim das kleine Ich bin ich, geht es immer um politische Fragen in ganz engstem Sinn. Ob du, das war bereits vergriffen, ob du jemals Insubu gelesen hast von mir. Ja, ja. Ja, ja. Die Geschichte. Damals alles gelesen und danach wieder nachgelesen. Also ich glaube, ich habe es so. Das ist so ein Zwillingsbuch, ein weniger martialisches Zwillingsbuch zum Herrn der Ringe von Poli. Hast du Kinderkriminalgeschichten gelesen? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Also. Ich weiß gar nicht. Was hat es denn da gegeben? Emil und die Detektive. Ah, natürlich, das habe ich sogar sehr geliebt. Nein, nicht sogar. Nein, das ist ja, ja. Oder, ich weiß nicht, ob du Astrid Lindgren gelesen hast, die Karl Blomkrist-Bücher. Nein, da hat es nicht viel gegeben bei uns. Also das war ja irgendwie, ja. Nein, die habe ich nicht gelesen. Also ich habe ja, die Geschichte ist ja die, ich habe wirklich viel gelesen. Meine Eltern hatten schon so ein Abo, so der Deutsche Buchgemeinschaft. Nein, es war Donnerwald, das ist krass. Nein. Aber viele haben sie jetzt auch nicht gekauft. Und ich wollte immer Bücher haben und sie haben dann aber immer gesagt, nein, der Elfi schenkt mir kein Buch, weil die hat das ja gleich wieder ausgelenzt. Und das war der Zugang seit circa. Es war halt eine eifrige Benutzerin in unserer Pfarrer Bibliothek. Und da habe ich halt gelesen, was dort war. Und dann habe ich das für mein Alter ausgelesen gehabt. Dann habe ich gefragt, ob ich den Rest auch lesen darf. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, so arg ist eh nicht. Geht schon. Und dann habe ich den Rest mehr oder weniger auch gelesen, war nicht so arg. Und da bin ich dann in die Stadtbücher Rheingrauz gewechselt, weil da hat es ziemlich viel gegeben. Da hat es schon viel gegeben, ja. Sagen Sie, ein paar haben Sie nicht gelesen? Ein paar. Ein paar schon. Das war meine Zeit. Ja, ich weiß es nicht. Also ein paar Sachen haben mir gefallen und ein paar habe ich eigentlich ziemlich fad gefunden. Also ich glaube, es gibt schon so Bücher, die Buben in den traditionellen Erziehungsrollen einfach mehr ansprechen als Mädels. Und es war schon alles sehr sozusagen eine Buben-Männer-Welt. Und das hat mir jetzt, eben, ich glaube, das will deswegen nicht so, aber es hat schon ein paar gegeben. Also die klassischen Old-Chatter-Händler-Händler-Duch habe ich schon gelesen. Und dann aber auch irgendeines von dieser... Ach, die Jungen. Der Schatz im Silbersee. Ja, aber es waren nicht nur diese... Ich habe sicher eben, wenn ich mir überlege, jetzt habe ich fünf, sechs, sieben Jahre sicher gelesen. Ich habe Bücher immer öfter gelesen und nicht nur einmal. Und ein Freund von uns, also der älter war schon im Haus wohnt, der hat alle gehabt und schon deswegen haben wir gekriegt. Nur weil du Hanni und Nanni vorhin erwähnt hast, hast du fünf Freunde, die fünf Freunde-Bücher da in den Platten gelesen? Ich glaube, die waren ja ein bisschen nach meiner Zeit. Meinst du nicht? Oder hast du sie gelesen? Ich habe sie eigentlich auch nur gelesen, weil sie meine Schwester gelesen haben. Aber sie haben ehrlich gesagt nicht so schlecht gefallen. Ja, nein, nein. Und mich hat damals, und das ist jetzt frauenpolitisch vielleicht ganz interessant, diese einzig wirklich spannende Figur in den fünf Freunde-Büchern, dieser in der deutschen Übersetzung Georg, der in Wahrheit ein Mädchen war, also da gab es so eine Transgender-Geschichte in den fünf Freunde-Büchern, das war eine total faszinierende Figur für mich. Aber ansonsten waren es einfach brafe Detektivgeschichten. Also ich glaube, das ist ein bisschen spät gekommen für mich schon. Das Spannende für mich ist, dass in diesen Kinderkriminalgeschichten, die in der Regel gibt es keine Morde, aber es gibt Verbrechen natürlich. Wenig Sex. Wenig Sex meistens. Wenig expliziten Sex, aber den gibt es in den Kriminalromanen für große Analyse. Ja, und wenn es einen gibt, ist er meistens ziemlich botschart. Genau. Aber ansonsten kommen alle Versatzstücke, die ein ordentlicher Kriminalroman in diesem Kind braucht, in diesen Kinderkriminalromanen vor. Ich soll jetzt zum ersten Mal einen Jugendkurzkrimi schreiben für ein Sammelband. Ich habe mich immer gewehrt, weil ich immer gesagt habe, das ist Wahnsinn, das ist nicht so einfach, das ist schwieriger, finde ich. Und jetzt habe ich mich dann reitschlagen lassen, weil das ein total netter Herausgeber ist. Also ein Buchhändler, der das in Oberösterreich macht, der Weidinger, der Klassis an sich. Und jetzt haben wir gesagt, ah, wir sollten jetzt eigentlich nur schreiben im Dezember. Vielleicht tun wir ihn auch. Darf ich überheblich sein und dir einen Tipp geben? Wenn du bist nicht überheblich, gib mir bitte einen Tipp. Schreib so wie immer. Versuch keine Jugendgeschichte, bitte keine Jugendgeschichte schreiben. Die sogenannte Jugendliteratur ist meistens eine Katastrophe. Jaja, na eben, das ist meine Jahre. Da werde ich jetzt vielleicht kauen. Ich werde mich eher versuchen, glaube ich, zurückerinnern an meine Zeit. Zumindest an mich, weil ich kann mich relativ gut erinnern, wie zum Beispiel 13, 14 war. Dass das jetzt nicht immer wahnsinnig lustig war, für wen schon. Aber das war die Zeit, wo ich dann wirklich intensiv zum Schreiben angefangen habe. Immer, wenn es mir nicht so gut gegangen ist, und das ist in dem Alter auch nicht unheufig, habe ich mich einfach hingesetzt oder zurückgezogen und habe geschrieben. Und da habe ich Geschichten ausgedacht. Und wenn es mir so gut gegangen ist, habe ich etwas Besseres zu tun gehabt. Ist das jetzt auch noch so? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, die Tatsache, dass du Jahr für Jahr einen Mirawal Jensky gekriegt hast… Heißt nicht, dass es mir sehr schlecht geht. Absolut. Wir sind erst im Alter von 13. Wie die Bitcher über 15. Das wird ja so lange dauern. Wie du groß warst, hast du dann Kriminalromane gelesen? Ja. Und wenn ja, welche? Also ich meine, ich muss immer überlegen, wann was war. Wie ich groß war, habe ich immer sehr viel gelesen. Und ich habe sowieso viele der amerikanischen Erzähler gelesen, jetzt ganz abgesehen vom Krimi. Und so bin ich auch eher über den amerikanischen Krimi dann mehr zum Krimi lesen gekommen. Also eben Sarah Paretsky ist für mich eine, die ich schon sehr gut und spannend finde. Die schreibt Chicago-Krimis, die richtig an der Zeit sind. Also sie ist eine sehr taffe. Ihre Hauptfigur, die Wieck Wachowski. Leidlich taffe als mein Miraw und so. Also eine Privatdetektivin halt auch. Aber sie erzählt einfach viel über die Facetten von Chicago. Sie hat auch eine total literarische Figur, die heißt Victoria Iphigenia Waschawski. Genau. Und hat mich als Mediziner immer dadurch besonders fasziniert, dass sie, wenn sie Kopf für Kopf hat, immer zumindest drei Aspirin. Nie nur eins, sondern immer. Sie setzt sich immer in die Badewanne und schluckt immer drei Aspirin und irgendein Alkohol dazu. Hüftes? Ne. Wogegen? Hüft und Kopf. 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 Hast du jemals, ich versuche die Schleife zum politischen wiederzukriegen. Hast du jemals Schönwall und Walnö gelesen? Hüft und Kopf zu meinen absoluten Lieblingsabhängchen? Ich habe sie nicht jemals. Hüft und Kopf! Empfehlung, die zehn Romane von der Mai Schellweil und von Beryl, die so ein Paar und auch ein schreibendes Paar waren, zu lesen. Wir haben Jahr für Jahr, ich glaube zwischen 1965 und 1975, ist diese Reihe, wie heißt es, Roman eines Verbrechens, um den Kommissar Martin Beck und seinen Freund Lennart Kohlberg entstanden. Und die waren im realen Leben explizite Marxisten und haben den Marxismus als Lebenshaltung in Schweden vertreten, was ihnen das Leben damals nicht leicht gemacht hat. Aber keine, ich muss ja mal sagen, sie haben nicht zu den brachialen Marxisten gehört, die das sozusagen als Attitüde vor sich her tragen, sondern die haben das wirklich gelebt und haben auch sozusagen sehr genau immer auf die Gesellschaft geschaut. Und das haben sie in den Büchern auch gemacht. Also es wird ohne erhobenen Zeigefinger oder ohne sozusagen moralisch oder politisch zu werten, wird Leben erzählt. Und das finde ich, das ist das Problem. Mit den, also ich kann mich noch erinnern an, immer wieder das Thema, wie agiert die schwedische Polizei? Ja, ja. Wie überschüssend agiert die schwedische Polizei? Ja, und wie hängt es ja auch mit Politik zusammen? Und wie verhalten sich aber auch die Leute außenrum, wann das so ist und so? Also das ist schon, ich finde, das sind überhaupt die Vorreiter der ganzen Skandinavien-Krimi-Geschichte. Die, die gut sind, haben was von ihnen. Hat deine Mira Valensky eine politische Position? Naja, also in ihrer Biografie, sie hat einen Vater, der war Landesrat. Also es steht nie in dem Bundesland dabei. Der Vater war Landesrat und das hat sie dazu gebracht, dass sie Politik nicht besonders mag. Es war mir wichtig, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihr jetzt sozusagen mein politisches Engagement umhänge, wird es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und so ist sie eine, die sich schon was denkt beim Leben und auch bei dem, was sie in Gesellschaft erlebt, aber keine dezidiert politischen Positionen, dezidiert politischen Zugang hat. Je nach Thema ist sie dann weiter oder näher bei der Politik dann doch dabei. Also in Männerfallen im vorletzten Krimi geht es halt um Wollenbilder und da ist sie schon schwerst genervt von ihrem blöden Chef, vom Fotografen, Ressortleiter, der ihr halt dann erklärt, naja, du als Alleinstehende, Mann, sie wirst halt nicht begreifen, dass Frauen gern daheim sind und sich freuen, wenn sie einen Mann haben, der dann tüchtig ist und ihr die Arbeit macht und so. Also sie steht schon wo, aber sie hat jetzt keine parteipolitische Heimat und sie hält sich von dem durchschnittlichen Politikgepränkel, so wie wir sie immer wieder wahrnehmen, relativ fern. Ich neige ja immer wieder zu Psycho-Deutungen, was der Vater repräsentiert, davon hält man sich fern. Hast du jemals in Fossantreisen eingekauft? Oh ja, aber selten. Aber selten. Also jetzt Amazon habe ich ein einziges Mal mit schwersten Ding eingekauft. Da habe ich alles durchgesucht, ob es diese blöden Tische nicht irgendwo sonst auf der Welt gibt. Egal wo ich hinfahren muss oder wo ich es bestellen kann. Aber ich habe so für ein großes Sommerfest so Klapptische gebraucht und die gibt es absolut nur über Amazon. Und das Vergleichbare gibt es sonst nicht. Und da habe ich mich ein, zwei Wochen damit beschäftigt, weil mir das so zufrieden war. Und dann habe ich es bei Amazon bestellt. Und die habe ich zu. Aber sonst... Und Hose getan. Bestellt? Nein. Aber sonst, ja ich schilfe über Amazon, das ist aber keine Hose, das ist irgendwie Grundhaltung. Und als schreibende Name wichtiger, hätte ich gesagt. Also, aber üblicherweise sind umsonst Versandhäuser gibt es also so... Ah ja, klar, fällt mir ein, natürlich. Also es gibt nette Versandhäuser. Zum Beispiel Sardinienprodukte. Es gibt einen kleinen Versand, die vertreiben Sardinienprodukte. Sie sitzen in Innsbruck, sind super nett. Und da kannst du echt gute Sardinien-Sachen. Und die sind politisch, in Ordnung. Da habe ich mich noch nicht gefragt. Oh ja, ich denke schon. Die kommen wirklich von dort. Die kommen, die fahren, das ist... Die sind in dieser Größe, die fahren selber dort runter einkaufen. Und bevor es losfahren, schicken sie ein Mail rund und sagen, als irgendwas anderes, das man nicht auf der Liste haben braucht, dann sagt es uns jetzt und schauen wir, dass wir das auch einkaufen. Also das ist in dieser Größe. Man kann ja, wenn man versucht, das Politische zu beschreiben, es in die alten, großen Begriffe fassen. Freiheit, Gleichheit, die man kennt. Solidarität, Gerechtigkeit. Ich tue mir immer... Ich tue mir leicht, dass Sie... Also wenn ich versuche, mich dem Politischen zu nähern, dann tue ich das eher über Begriffspaare, die glopulare Begriffspaare. Und ich frage dich jetzt, ob die in deiner Literatur eine Rolle spielen, die Starken und die Schwachen. Ja, klar, immer wieder. Ich meine, das ist ein zentrales Thema, wenn du dich mit der Welt beschäftigst. In Eberlins Fall zum Beispiel. Das ist für mich der Krimi, wo ich lange überlegt habe, wie gehe ich das Thema an. Und da geht es um eine Frau, die eigentlich noch relativ jung ist, Mitte 40, und sehr einsam und ganz arm stirbt, und zwar wirklich mehr oder weniger mitten zwischen uns, also in einem kleinen Dorf am Rand, ein bisschen außerhalb von Wien. Und da stellt sich halt dann heraus, dass sie eigentlich so jung und sehr hübsch war und von einer großen Karriere als Sängerin gestanden ist und dann ist alles möglich schief gelaufen. Und ihre Geschichte erzähle ich eben, weil mir das so wichtig war zu zeigen, dass diese, sind ja noch alles Sozialschmarotzer, die schaut sich so an, fett wie sie ist, sitzt die ganze Zeit nur drinnen und nicht Fernsehen schauen, und da müssen wir uns auch Geld. Also, dass die Geschichte ein bisschen anders ist. Das ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte mit stark und schwach. Also, schauen wir mal hin, warum ist wer wie? Die Armen und die Reichen. Ja, ja, immer wieder. Das wird mir sogar ab und zu vorgehalten. Das sind gewissen Büchern sozusagen Unternehmern und so nicht so gut gekommen. Wer hält dir das vor? Leute, die inzwischen finden, dass alles, was auch nur nach Political Correctness riecht, echt öd ist. Die gibt es einfach. Also, es gibt so einen Trend zum Unkorrekten. Also, ich will ihn nicht nennen. Es gibt einen Menschen, das war, ist eh einmal ausgestrahlt worden. Also, nicht das, was jetzt gesendet worden ist, sondern ich war einmal schon bei dem Sichrovski zu Gast in dem Erlesen und da hat er mich dann zu meinem Krimis gefragt, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, Sie haben als Figuren eine dickliche, also eine Journalistin mit etwas Übergewicht, eine Ausländerin, einen Behinderten und ist Ihnen das nicht alles zu viel an Korrekten, das hält doch keiner aus. Aha, okay. Ich habe mir die Miranie in erster Linie als sozusagen nicht angepasste, übergewichtige Volksstätiose, der paar Kilo zu viel, aber mein Gott, wir haben halt alle entweder eher ein paar Kilo zu viel oder sonst ein Problem. So toll fühlen sich die wenigsten. Dann bei der Bessner hat er gesagt, ja, die sind im Bosnienkrieg kommen, aber das ist eine, die einem sehr selbstbewusst und aufrecht durchs Leben geht und alles andere ist ein Opfer und schon gar nicht die Rolle der armen Ausländerin spielen sollte. Und der Rollstuhlfohrner, das ist der alte Vertraute, der Mira in der Redaktion, der Troch, der auch absolut exakt null Opfer ist in Wirklichkeit. Ja, der sitzt im Rollstuhl und wird von vielen sozusagen als Kriegsheld gefeiert, weil es in Vietnam passiert ist, wie ein junger Berichterstatter war. Er hat nicht vielen die Geschichte erzählt, aber der Mira schon. Und das war so, dass ich damals einfach ziemlich viel gesoffen habe dort, weil du bist ja nicht dauernd an der Frauen, also dann fürchst du eh ununterbrochen. Und da war das Hotel mit dem Swimmingpool und sie ist in einer Nacht noch reingekupft oder er ist in einer Nacht noch reingekupft, da war aber leider Karosser drin. Seitdem ist er Querschnitt gelähmt. Das war nicht ganz die Kriegsheldenhandlung. Aber das wird, also das hat der zum Beispiel wirklich gesagt, er geht jetzt eigentlich gar nicht. Und das ist nicht der Einzige, muss man sagen. Es ist mir schon erwarten zu begegnet in der einen oder anderen Form. Und ich sage dann, immer, also ich versuche ein Stück Leben zu beschreiben, das ist teilweise, das sind Figuren, die gibt es halt und Verhaltensweisen gibt es und da ist nie alles gut und nicht alles böse. Aber von vornherein mich daran zu freuen, dass alles sozusagen unfair ist und das sozusagen Gerechtigkeit gar nicht sein darf, weil das ist ja langweilig. Da muss ich sagen, ja, ist es wirklich viel erstrebenswerter, dass irgendwelche Dumpfbacken und solche, die finden, am besten ist sozusagen, es gibt es gibt keine Fairness dem anderen gegenüber und Putnamen nur alle unter, die wir können, sind die wirklich sympathisch. Also ich weiß es nicht. Also die sind in der Wirklichkeit nicht sympathisch, denke ich, und in der Literatur auch. In der Literatur sollen sie wohl auch vorkommen, ich meine, das ist mir ja wichtig, die Typen gibt es ja, aber sie sind sozusagen Prototypen des Guten. Also das ist es. Die Zugehörigen und die Fremden? Ja, das kommt zum Beispiel natürlich über die Weißner bei mir, also die schon bewusst eben von woanders herkommt und daher was anderes gesehen hat, das sie aber nicht verzweifelt, sondern eher mutiger gemacht hat eigentlich und da gibt es natürlich immer, also das wird im nächsten Krimi, wo es jetzt die erste Fassung gibt, eine große Rolle spielen unter anderem, weil da geht es um die internationale Textilindustrie und da geht es auch um Vietnam und um ein vietnamesisches Lokal in Wien und um eine Vietnamesin, die in der Textilindustrie arbeitet und herkommt. Und fremd ist. Und fremd ist natürlich. Und die auch die Mira und andere natürlich immer wieder missverstehen. weil es ja nicht so einfach ist, selbst wenn du es verstehen willst. Und es wird auch sozusagen ihren den Mann ihrer verstorbenen Schwester, also den verstehen sie immer wieder miss. Und er sorgt aber auch dafür, also so ist es nicht. Ich meine, es ist jetzt kein, der ist eben zum Beispiel nicht der Heilige in Person, sondern der führt zu kräftig und eine Nase haben. Eine Paarung, die mir natürlich besonders wichtig ist, die ich immer nicht nur als eine psychologische, sondern auch als eine politische Paarung verstehe, die Kinder und die Erwachsenen. Natürlich. Also das ist bei mir so etwas, das hat sich im Laufe der Bücher entwickelt. Weil bei mir werden ja die Figuren wirklich mit jedem Krimi um ein Jahr älter. Also so jedes Jahr ich wäre ja älter und die wäre ja älter. Und die Mira ist immer ein Jahr jünger als du. Die Mira ist immer ein Jahr jünger als ich. Das liegt aber nicht daran, was jemand schon behauptet hat, dass ich mich also doch ein bisschen jünger mache, sondern das liegt daran, dass ich das Buch immer ein Jahr vorher schreibe. Aber das ist ja immer mein Alter. Und so geht es einfacher mit den Rechnern und mit Zahlen habe ich es eh nicht so. Und vor allem mit diesen zu dokumentierenden Zahlen. Naja, die Wessner hat ja ein Zwillingspaar und Jana und Frank sind inzwischen Studenten und sind gerade im Fertig-Grenner da schon fertig. Und die Spiele in einigen Krimis eine ziemliche Rolle, weil man einfach sozusagen, weil ich diese jüngere Generation zumindest nicht ausblenden will beziehungsweise ich brauche sie definitiv für meine Geschichten. Gewisse Sachen sozusagen und da brauchst du einen anderen Blick drauf und eine andere Zugehensweise und die sind wir eigentlich ganz schön wichtig geworden. Über Kinder selbst als Hauptfiguren mit ihnen schreiben, das kannst du natürlich nicht nur als Psychiater sondern du hast einfach mehr zu tun. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man sich mit den Dingen, über die man schreibt, rauskennt. Genau so ist es. Das denke ich mir in allem. das ist eben, das hätte ich gerne so erzählen können, aber das kommt ja einfach nicht, weil ich eben nicht so nah dran bin. Apropos Matarzenhaus, das was ich jetzt noch frage, spielt da natürlich eine Rolle und das spielt in dem, was wir schreiben, immer eine Rolle. es klingt jetzt pathetisch, die Frage, die ich stelle, was ist das Böse? Ja, da gibt es die verschiedenen Antworten. Das Böse ist immer und überall. Wir glauben, wo ist es? Nicht wirklich. Naja, damit man weiß, wo kann man vielleicht auch sagen, was es ist. Also ich glaube, dass es sowieso Teil eines jeden und auch Teil unserer Gesellschaft ist und dass das jetzt gar nicht grundsätzlich so böse ist. Weil sozusagen der Gegensatz zum Gut bringt ja auch was weiter. Also ich sehe das nicht grundsätzlich. das Böse sehe ich nicht grundsätzlich immer ganz negativ. Wenn das Böse entgleitet, sozusagen, und sich vom Rest abspaltet, dann kann es ganz böse werden. Und also in meinen Krimis und jetzt das wird das Jetzt bin ich ein bisschen böse. Etwas, mit dem wir uns so gern beschäftigen, kann ja nicht wirklich so böse sein als das Böse. Naja, vielleicht auch deswegen. Nein, ich glaube, ich habe es jetzt in meinen Krimis auf eine der Erklärungsmuster immer wieder untergebrochen. Ich glaube, dass das Böse nicht wirklich fassbar ist. Und zwar auch ganz real, bei mir löst sich keine Geschichte so auf, dass du zum Schluss sagst, ha ha, Schurke, du bist jetzt enttarnt, eingesperrt und hast keine Chance mehr, jemals wieder böse zu sein. Und das Gute hat gesiegt. An das glaube ich irgendwie nicht ganz. Ich glaube aber schon, dass man hinschauen muss und dass man versuchen sollte, zu enttarnen und aufzulösen. Und in den Krimis ist es halt so, dass das eine oder andere wird gelöst, der eine oder die andere wird auch enttarnt und hat dann dafür zu lösen, dass sie böse waren. Aber dass das Böse, die dahinter sind oder die, die mit verursacht haben, dass die so geworden sind, wie sie sind, bleiben natürlich nicht fassbar. Ich empfinde es immer, oder eben in den Büchern, die ich gelesen habe, von dir sehr wohlführend, dass du auch in der Beantwortung dieser Frage immer so pragmatisch am Boden bleibst und dass du nichts irgendwie metaphysisches hast. oder so sympathetisches ist, sondern, ich meine, auch die Rede von der Banalität des Bösen hat inzwischen so ein komisches Pathos. Aber es stimmt schon. Ja, ja. Die Erklärungen dafür, warum gewisse Menschen das repräsentieren, was wir gelernt haben, das Böse zu nennen, die sind meistens relativ banal. Die sind relativ, noch vollzieht man banaler. Welche Verbrecher magst du besonders? Welche Verbrecher mag ich besonders? Wirtschaftskriminelle, Diftenwärme. Ja, die im Affekt teilweise, weil das kann ich mir auch selber am ehesten vorstellen. Dass ich auf jemanden irrsinnig zornig wäre, weil jemand etwas wirklich Böses tut, oder Menschen, die mir nahe sind, Böses tut, und dass ich dann im Affekt sozusagen jemanden rächen will, oder einfach mich so ärgern, dass ich zuschläge. Also, das kann ich mir noch immer im Ersten vorstellen. Das ist einfach, also, ich habe ja, nachdem ich Just studiert habe, war ich kurz am Gericht in Wien, am Landesgericht, am Straflandesgericht, und was auch immer in den Prozessen dabei. Und ich habe immer die Wahnsinnsgeschichten erwartet dort, auch wenn es halt um Totschlag oder Mord ist ja nicht so häufig, aber Totschlag ist häufiger, geht. Und ich weiß, der erste Prozess mit einem Totschlag war so, dass ich neben dem Richter gesessen bin, und da war vorhin der, der das angestellt hat, das war schon relativ klar, und der sagt zu dem und zu dem, ja, warum haben Sie denn das getan? Und der sagt auch, ja, Herr Raut, mit dem hast du ja nicht reden können. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Und dann habe ich zugestellt. Also, das Aromen mit dem hast du ja nicht reden können. Und der war auch relativ sprachlos, aber das Typ, natürlich war nicht sehr, ziemlich einfach gestrickt, und davon jetzt sind die Argumente ausgegangen, mit dem kannst du da schon mal nicht reden und stehst du halt zu. als man zum Beispiel nicht wirklich unsympathisch war, wenn er jemanden, den ich kenne, erstochen hätte, das ist eh ganz klar, aber da würde ich sagen, ja, Jesus, was kann man tun, dass ich dir besser zu helfen weiß, als in Botschaften. Ich wollte jetzt sagen, indem du etwas von dir wieder findest, als ob es dir ist. Ja, aber es hat schon was, also es hat auch mit mir zu tun. Also ich glaube, die Botschaftenvergleicher mag ich, die Berechnenden, die sozusagen für sich Vorteile kalkulieren, beinhalten und sagen, ist das scheißegal, wer das ist. Die mag ich. Aber die gibt es schon auch. Ja, natürlich. Die gibt es auch in der Realität, also so ist es ja nicht. Nicht alle werden bestraft. In den Dingen, die du schreibst, oder die wir, die wir Kriminalromane schreiben, schreiben, geht es immer auch ums Verbotene, also um den Totschlag, der nicht sein sollte, zum Beispiel. Zum Thema Verbot, Verbot und Sprache, soll es verbotene Wörter geben? Nein. Also ich bin ja wirklich also eindeutig und bekennende Feministin und ich halte es für wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, dass Frauen in der Sprache vorkommen, weil das Zeichen setzt. Ganz klar. Aber diese Verbotsgeschichten, dass man sagt, so hat etwas zu sein und so darf es nicht sein bei Sprache, wurscht, ob das jetzt sozusagen im feministischen Kontext oder im Frauen-Männer-Kontext ist oder ob das im korrekten Kontext ist, dass halt Neger nicht mehr so sein sollte, was ja richtig ist. Aber das zu verbieten, heißt von Sprache nicht wirklich, glaube ich, was verstanden zu haben. Sprache ist etwas, das entwickelt sich durch im Konsens einer Bevölkerung über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte von verschiedensten Gruppen zueinander kommen. Das ist eben auch die englischen Wörter, die ich auch gar nicht schlimm finde. Wenn man denkt, wie viele Ebenwörter es im letzten Jahrhundert gegeben hat oder im letzten Jahrtausend, das ist absurd. Die muss sich entwickeln können. Man kann gewisse Grundregeln festlegen. Es ist gut, man einigt sich auf eine gewisse Grammatik, man einigt sich auf eine gewisse Rechtschreibung. Wenn es übertrieben wird, nervt mich das auch schon. Es wird nicht einzusehen, warum. Ansonsten ist Sprache lebendig. Und das wird sich schon entwickeln. Und ich bin die Erste, die irgendwo in einem Buch, wenn da jetzt an und schreibt, die Neger sollen, irgendwie sollen sie ohhauen wieder nach Afrika in ihren Kral, dann werde ich das. Aber heftigst kritisieren und sagen, was ist das für ein Typ? Aber wenn in einem Kinderbuch aus, ich weiß nicht wann, dann das Wort Neger entfernt werden soll, weil das jetzt böse ist, ist das ein Schwachsinn hoch 70. Das bringt keinen dazu, jetzt einen Menschen mit einer Hautfarbe zu hassen. Die Belangstrumpf-Nationalisierung. Einfach Schwachsinn. Und wenn man schon will, dann wird es schon gesagt, wann Sie das jetzt schon nicht mehr holen, bitte. Und warum schreibt sie dann nicht in den neuen Ausgaben hinten hin, jetzt sagt man das nimmer, weil es einfach einen rassistischen Zusammenhang hat. Und damals war das nicht so. Damit wäre vielen auch was erklärt, das sie vorhin vielleicht wohl nicht gewusst hätten. Das wäre viel besser. Und solche Sachen merfen mich dann schon extrem. Das heißt, Politically Correctness klar, aber mit Maximum Seelen. Ich mag das Wort ja überhaupt nicht, Politically Correctness ist ja so etwas aufgepropftes da und dort. Sondern einen ordentlichen, respektvollen Umgang mit Menschen muss man haben. So ist. Und dafür braucht es gewisse Regeln, aber sicher keine Sprachverboten. Es war Fragen am Ende, die ich dich immer schon fragen wollte. Ich muss mal jetzt schauen, wir mal. Hunde oder Katzen? Katzen, aber am liebsten hätte ich auch Hunde und dann noch Eseln und der Lama hätte ich auch. Gibt es Gizmo? Es hat sie gegeben. Ja, sie ist letztes Jahr mit fast 18 dann gestorben. Es gibt übrigens so Hardcore-Fans der Gizmo, dass sie sagen... Das hätte sie wirklich von Anfang bis zum Anfang sterben sie eben nicht. Naja, dazu sage ich noch nichts. Es gibt so Hardcore-Fans der Gizmo, die gesagt haben, weil ich gesagt habe, jetzt werden sie nicht einmal dran glauben müssen, sonst ist das unrealistisch. Und ich sage, nein, bitte nicht die Gizmo. Nicht die Gizmo. Von mir aus den Oscar Ich verstehe das so. Könntest du ohne Katze schreiben? Ja, ich schreibe momentan ohne Katze. Wir haben momentan keine Katzen mehr. Einfach, weil wir mehr oder weniger als halbe Jahr unterwegs sind und etwas uneins momentan, wenn wir es anlegen. Ich hätte schon wieder sehr gerne. Ich hätte sogar nicht ganz eine super Katze. Aber es ist natürlich so, wir freuen uns im Februar wieder in den Karibik. Haben natürlich Freunde. Ein Teil davon sitzt da hinten. Die haben nämlich auch den guten Wein mitgebracht. Die passen uns eh immer auf. Aber einen jungen Coder und einen anderen Monat allein lassen, eh drinnen natürlich in dem Fall. Auch wenn sie bei uns immer raus dürfen. Weil ich finde, sie brauchen noch ordentliches Leben. Und wenn einer niedergeführt wird, ist das wahnsinnig traurig. Aber gescheitere, wenn sie eingesperrt ist. eine ganz ehrliche Anfrage ist. Wie lange braucht man, bis sich die Reize des Machfeldes erschließen? Wir reden jetzt nicht über das Weinviertel, sondern über das Machfeld. Gut, nein, wo du... Wo ich wohne, wo ich koche, oder wo ich wohne. Schau, du siehst, mir haben sich diese Reize noch nicht erschlossen. Das ist das... Nein, muss unterscheiden. Machfeld ist flach. Das ist Steppe. Das ist das... Nein, das ist Hügel. Nein, du kennst das bei dir. Nein, Machfeld ist flach, ist Gemüsebau, ist Steppe. Das ist super, dort können sich irrsinnig viel Wien-Tragung hinstellen, das wird immer hübscher dadurch. Das Weinviertel ist eine Wein-Hügel-Landschaft, die unglaublich hübsch ist und bei uns noch dazu den Zusatzreiz hat in unserer Gegend, dass dazwischen kleine Ölpumpen stehen. Das ist mit den Krummvögel ausführlich beschrieben. Es hat sich mit mir ganz schnell erschlossen, ich habe mir ein Haus gekauft, ohne dass ich die Gegend gekannt habe. Einfach weil ich ein Haus am Land wollte, dass ich mir leisten kann und ich bin nicht so weit weg von mir und ich bin damals in Auerstal einfach die Straßen weg auf, weil ich nicht, raufgefahren und habe mich einfach niedergesetzt am Rand von einem Weingarten, wo du so runtergeschaut hast, aufs Dorf und habe geschaut und rund um mich war ein Wein, dort unten das Dorf, da war ein Hügel und das gefällt mir. Klingt gut. Ja, damit war es das. Du sagst irgendwo, dass du kein Bergmensch bist und das spürt man auch. Ja, also ich bin jetzt, eben dort, wo Markfeld ist und steht bei so Strasshof, ich weiß, warum da ein Verbrechen passiert ist, fährt durch Strasshof durch und an einer Grenze der Depression nachher verschießt. Das ist leider wirklich so. Also es lebt dort nicht den Menschen, was vor kurzem gelesen wird, aber wenn es das durchfasst, ist es heftig. Ich bin eher ein Strafmensch, aber wenn ich irgendwann mal versuchen werde, einer Ölpumpe libidinös nahe zu kommen, werde ich nicht an dich werden. Ich schenke dir die Grundvögel noch ein bisschen raus. Da kann man nämlich wunderbar lesen, auch im Schatten der Ölpumpe. Aber jetzt, ganz, ganz narzistische Frage. Was soll ich davon halten, dass du in meinem letzten Roman in einer nicht ganz unprominenten Position eine Figur namens Paulus auftauchen lässt? Nicht nur das, sondern dass dieser Paulus am Ende eine Kugel in den Kopf. Nicht am Ende. Fast am Ende. Überlebt Tee. Überlebt Tee. Naja, ich habe natürlich einen sympathischen Namen gebraucht. Danke. Und zweitens, was soll ich davon halten, dass es dann in diesem Buch nicht nur einen Paulus gibt, sondern dass da auch ein Arnie auftaucht. Das heißt, die ganze deutschsprachigen Kriminalschriftsteller lasst du da aufmachen? Das mit dem Arnie ist mir erst noch gar nicht gekommen. Wobei ich den Spitz Arnie total mag. Also das ist, wir treffen uns so ein, zweimal im Jahr lesen wir sicher gemeinsam. Und das ist mir passiert, der hat nämlich zuerst anders geheißen und es war verwechselbar mit irgendeiner anderen Figur, wie das bei mir ab und zu ist. Und dann hat der Ernest gesagt, das geht nicht, da kennt sich kein Mensch aus. Und dann bin ich irgendwie, dann habe ich aber eh irgendwie geschaut, dass der Name passt und bin auf Arnie gekommen. Und erst im Nachhinein habe ich gedacht, hey, der Fritz heißt ja irgendwie Nachnamen Arnie. Das heißt, das werden jetzt nicht alle Kollegen abgemacht. Ich habe es zumindest nicht vor. Weil mir passiert das unbewusst. Das heißt, ich habe es einmal geschafft, warum verholt mich das nicht? Nein, das ist nicht nur ein Verhandlungser. Ich habe es einmal geschafft, in Wein und Tod gibt es, er muss auch sterben, stimmt, ein Wiener, der hat wunderschöne blaue Augen. So schöne blaue Augen. So richtig so, Und spielt nachher eine Rolle dann im Buch. Und, und, ja, der wird dann auch vom Hochstand aus erschossen, beim Joggen, was vom Winzer eben nicht gut kommt. Und, im Nachhinein, wie das Buch erschienen ist, komme ich drauf, und, Gott, das will, das sind genau die Augen vom Pfaffel, dieser bekannter Winzer bei uns. Der hat nämlich erst riesig schöne blaue Augen. Und, und, mir war das dann so peinlich, ich habe gehofft, dass das nicht auffällt. Und natürlich ist seine Frau dann gekommen, und dann hat gesagt, ha, das Dirk, wie hast du ihn da beschrieben, gell? Und er hat gesagt, ja, aber nur versehentlich. Und er hat dann aber ganz, ganz geschmeichelt, und, ich meine, da ist, also ein Buch ist ein ziemlicher, also, sagen wir so, es haben, vielen haben seine blauen Augen gefallen, und er hat dann gesagt, ja, ja, das passt schon, aber so einer bin ich ja eh nicht. Ganz spießiger Word-Rap am Schluss, dieses alte Spiel, ganz rasche Antwort. Ja, das schaffe ich nie. Beatles oder Stones? Nee. Stones. Goethe oder Schiller? Goethe. Mozart oder Petro? Mozart. Kleine klassische Musik. Oh, eben beide, eigentlich, aber am liebsten Zeitgemusische. Bob Dylan oder Leonard Cohen? Ist das, da muss ich mir überlegen, wie er jeweils, die ranzen beide so. Ich schon beantwortet. Ach, das geht jetzt nicht, das geht jetzt gut. Die ranzen beide, das geht nicht. Bob Dylan ist okay. Nein, nein, ich verwechsel die wirklich nicht mehr gern. Und der Cohen ist der, der dann auch so katholisch, oder so etwas religiös worden ist, und irgendwie völlig durchgeknallt ist. Dann habe ich mal ein Konzertsinn, das war schrecklich. Claudia Cardinale oder Sophia Loren? Also von den Filmen her, Sophia Loren von politischem Bewusstsein, Claudia Cardinale. Claudia Cardinale oder Claudia Schiffer? Claudia Cardinale? Fred Pitt oder George Clooney? George Clooney? Fisch oder Fleisch? Fisch. Rind oder Schwein? Rind. Das ist einfach. Weiß oder Rot? Weiß. Vor allem beim Wein, aber halt mal rot nach. Alles rot, also... Nein, rot, aber ich meine neue Gründe, alles gut. Fällig falsch. Rot oder schwarz? Rot. Rot. Ein schwarz-grün oder ein rot-grün? Wenn er sich überlegt hat... Nein, schon eher... Also wenn die Roten sich aufs Rotsein besinnen würde, wäre er für Rot-Grün, und wenn die Schwarzen sich aufs Soziale besinnen würden, wäre er für schwarz-Grün. Also grün-Grün. Also wenn sozusagen das warerten, was eigentlich ein Programm hätte, dann wären beide ganz okay. Buchhandel oder Bücherei? Buchhandel. Aber ich kann mir das leisten. E-Book oder Papier? Nein, allemal Papier dazu E-Book. Schon? Ja, ja. Wenn ich unterwegs bin, hatten wir immer eine Tasche Bücher und eine Tasche mit dem Rest, und jetzt habe ich ihn nie wieder. Also das ist schon okay. Messer oder Schusswaffe? Messer. Gift oder Hutnahrung? Gift ist taktischer. Riesling oder Veltklinen? Veltklinen. Weinviertel, bitte. Weinviertel-DRC. Erwin Fröhl oder Michael Häupl. Michael Häupl. Seht, er liest, er liest allein deswegen. Den Schatz ins Leversehen. Michael Häupl oder Maria Vasilanko? Ich muss sagen, ich kenne Michael Häupl besser als Maria Vasilanko. Das ist mein Problem, wirklich. Und mit dem habe ich immer... Ich schon beantwortet, ja. Karl Marx oder Karl May? Karl Marx. Das ist einfach wenigstens. Wie viele Gänge hat das idealen Menü? Das hängt von der Uhrzeit an. Das haben wir in den 15. Und von der Gesellschaft. Schönen darf warten. Acht. Und den Abschlussbilder? Beim Menü? Easy. Muss was zum Essen sein? Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören, Zuhören, danke. Fürs Soufflieren, fürs Zwischenfragen stellen. Dafür, dass Sie ein so angenehmes Publikum waren. Und ich danke vor allem die Frau Rossmann für dieses wunderschale Gespräch. Ich danke Ihnen. Büchertisch. Wir werden auch beide so drehen und was. Die Bücher liegen auf, sind käuflich zu erwerben, sind ideale Weihnachtsgeschenke und werden natürlich gerne signiert, wenn der Wunsch besteht. Und hinten gibt's Döllinger Weine. Den Wein zum Buch. Den Wein zum Buch. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Danke. 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 Vielen Dank.